Sowohl die Realität als auch die Vorhersagen zeigen den Nutzen und das Potenzial von Bitcoin als Instrument nationaler Macht in der Praxis der Staatskunst und als vielseitiges Element, das unter konfrontativen geopolitischen Bedingungen verschiedene Rollen spielen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch unklar, ob BTC und ähnliche nichtstaatliche Cyberwährungen das Schicksal der globalen Hegemonie beeinflussen könnten. Die Geschichte zeigt eine starke symbiotische Verbindung zwischen der Architektur der internationalen Währungssysteme und den politischen Realitäten im Zusammenhang mit dem globalen Machtgleichgewicht. Die wichtigsten Reservewährungen wurden schon immer von hegemonialen Großmächten herausgegeben und durch die Stärke, die diese überlegene Position verleiht, abgesichert. Das ist seit dem Beginn der athenischen Drachme, des römischen Denars und des byzantinischen Solidus bis hin zum US-Dollar der Fall gewesen. Könnte die Störung durch inoffizielle Kryptowährungen wie BTC in dieser Hinsicht Auswirkungen auf die Entwicklung der Hegemonie und die Neuverteilung des globalen Kräfteverhältnisses in den kommenden Jahrzehnten haben? Die Idee einer großen globalen Reservewährung, die nicht von einem Nationalstaat kontrolliert wird, ist nicht neu. Im Rahmen der Bretton Woods-Konferenz schlug der britische Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes vor, eine supranationale Währungseinheit mit dem Namen Bancor einzuführen, die durch Gold gedeckt sein sollte. Ein Plan, der, wenig überraschend, von Washington nicht begrüßt wurde. Kein vernünftiger Staatsmann hätte sich die Gelegenheit entgehen lassen, eine globale Währungs- und Finanzüberlegenheit als Kriegsbeute zu erlangen. In der Zeit nach dem Kalten Krieg befeuerte der Aufstieg von Bitcoin einmal mehr das hypothetische Szenario einer entnationalisierten Währung, die nicht einseitig nach den Interessen eines einzelnen Staates gesteuert werden kann. Einige Beobachter glauben, dass die hegemoniale Position des Dollars nicht von einer anderen nationalen Währung, sondern von einer unkonventionellen neuen Generation von Geldwerten geerbt werden wird und dass Bitcoin als bekannteste Cyberwährung eine der größten Reservewährungen werden könnte. Tatsächlich träumen die treuesten Befürworter von Bitcoin seit seiner Entstehung von einer grenzenlosen Währung, die für jeden frei verfügbar ist und eine Alternative zum Fiat-Geld darstellt, das in jeder Hinsicht als minderwertig und problematisch gilt. Die Einführung von staatenlosen Kryptowährungen wie BTC ist ein potenzieller Katalysator für die Erneuerung der globalen Währungsordnung oder zumindest für eine zunehmende Diversifizierung. Theoretisch könnte sich eine virtuelle Währung wie Bitcoin zu etwas entwickeln, das alle mit Geld verbundenen Funktionen auf globaler Ebene erfüllt. Tauschmittel, Rechnungseinheit und Werteaufbewahrungsmittel. Die Befürworter von Bitcoin behaupten sogar, dass der Bitcoin viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Währungen und sogar Gold bietet. Algorithmische Programmierung, transnationale Kreisläufe und unpolitische Steuerung. Darüber hinaus hat das organische Finanzökosystem von BTC die Beteiligung von Wirtschaftsakteuren aus dem Mainstream angezogen, darunter Online-Handelsplattformen, Startup-Unternehmen, traditionelle Finanzunternehmen und Börsen, wodurch sich Bitcoin immer weiter verbreitet hat. Irgendwann könnte die BTC für alle Arten von grenzüberschreitenden Zahlungen eine viel größere Bedeutung erlangen, auch wenn erst mal erhebliche regulatorische Hindernisse im Weg stehen. Eine solche Entwicklung würde nicht nur die Vorherrschaft des Dollars in Frage stellen, sondern auch die Legitimität anderer wirtschaftlicher Paradigmen wie Fiat-Geld und Mindestreservebankwesen. Dennoch sollte die Vorstellung, dass BTC eine wichtige Reservewährung werden wird, nicht als selbstverständlich angesehen werden. Es gibt begründete Zweifel, die auf technische, wirtschaftliche und politische Hindernisse zurückzuführen sind. Da Bitcoin strukturell so konzipiert ist, dass nicht mehr als 21 Millionen Einheiten existieren können, bietet diese Geldmenge nicht das Volumen, das eine Reservewährung bräuchte, um eine viel größere Rolle bei internationalen Handels- und Finanztransaktionen zu spielen. Trotz des Hypes, der um sie gemacht wird, sind inoffizielle Kryptowährungen Innovationen, die noch in den Kinderschuhen stecken und keine von ihnen ist technisch so konzipiert, dass sie als Universalwährung fungieren kann. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die volatilen Schwankungen des Bitcoin-Kurses. Diese Instabilität ist problematisch, denn Bitcoin ist kein zuverlässiges internationales Geld, sondern eher ein instabiler spekulativer Vermögenswert ohne inneren Wert, der für schnelle Gewinne gehandelt und in der Regel gegen traditionelle Reformen von Reichtum eingetauscht wird. Die vielleicht wichtigste Hürde ist jedoch, dass BTC die politische Unterstützung eines mächtigen Staates fehlt. Um ein höheres Maß an internationaler Projektion zu erreichen, bräuchte es eine Maßnahme wie die Nutzung als eine Art Anker für eine echte Währung, entweder national oder regional. Ohne eine solche Komponente wäre ihre Stärke gering. Keine Währung in der Weltgeschichte hat sich ohne die aktive Unterstützung einer Großmacht auf globaler Ebene durchsetzen können. Im Gegensatz dazu wird der Dollar, wie der amerikanische Geheimdienst Stratfor feststellt, von der gesamten nationalen Macht der Vereinigten Staaten geschützt, einschließlich ihrer militärischen Fähigkeiten, ihrer Arbeitskraft, ihres wirtschaftlichen Reichtums, ihrer Infrastruktur, ihrer institutionellen Systeme, ihres Landes und ihrer Kultur. Es erübrigt sich zu sagen, dass Bitcoin nichts auch nur annähernd Vergleichbares hat. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die meisten Nationalstaaten die Vorteile aufgeben werden, die mit ihrer souveränen Fähigkeit einhergehen, die Umsetzung ihrer eigenen Geldpolitik zu kontrollieren. Kurz gesagt, die Vorhersagen über eine weit verbreitete weltweite Einführung von Bitcoin sind bestenfalls verfrüht. Das Potenzial einer Cyberwährung der ersten Generation, einschließlich BTC, in naher Zukunft zu einer wichtigen Reservewährung zu werden, wird von den meisten Experten als vernachlässigbar angesehen. Die Aussicht auf ihre zunehmende internationale Präsenz könnte jedoch langfristig die strategischen Vorteile, die die USA aufgrund der hegemonialen Stellung des Dollars haben, schrittweise verringern und sogar ein Instrument der Staatskunst sein, um eine teilweise Entdollarisierung voranzutreiben. Ihre potenzielle Rolle als alternative oder sekundäre Reservewährung ist daher eine Überlegung wert, insbesondere in einem Umfeld verstärkter finanzieller und geopolitischer Turbulenzen. Die wachsende internationale Verbreitung dezentraler Cyberwährungen wie Bitcoin ist ein Trend, der zu einer fragmentierteren, horizontalen und pluralistischen Weltwährungsordnung führen könnte. Eine weitere wichtige systematische Entwicklung, die hervorgehoben werden muss, ist der zunehmende Wettbewerb der Großmächte auf dem strategischen Schachbrett des Geldes und der Finanzen. In Anbetracht ihres disruptiven Charakters haben Kryptoassets das theoretische Potenzial, die Position des Dollars als hegemoniale Währung seit Bretton Woods und die Fähigkeit des kollektiven Westens zur Durchsetzung von Zwangssanktionen in Frage zu stellen. Sie könnten daher von revisionistischen Großmächten strategisch genutzt werden, die eine Entdollarisierung, weitere Multipolarität und die Entwicklung paralleler Währungs- und Finanzsysteme anstreben. Einige Beobachter warnen davor, dass die nächste große hegemoniale Konfrontation nicht mit militärischen Auseinandersetzungen auf traditionellen Schlachtfeldern, sondern mit konkurrierenden Finanzstrukturen einhergehen könnte. Einige Experten sind der Meinung, dass China trotz seiner ideologischen Feindseligkeit gegenüber dem libertären Hintergrund der BTC versuchen könnte, Bitcoin als unkonventionelle Waffe zu manipulieren, um das Prestige des Dollars anzugreifen und die globale finanzielle Führungsrolle der USA in Frage zu stellen. Diese Möglichkeit hat offensichtliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA. Interessanterweise argumentiert Professor Nicholas Ross Smith, dass Russland als Großmacht, die beabsichtigt, die Architektur des globalen Systems neu zu gestalten, auch an den gegenhegemonialen Eigenschaften von Bitcoin als Instrument der Staatskunst interessiert sein könnte. Moskau kann nicht direkt mit den USA auf dem Gebiet des Geldes konkurrieren, aber es kann sich auf staatenlose Kryptowährungen als waffenfähige asymmetrische Vektoren verlassen, um die internationale Stärke des Dollars zu schwächen. Diese Maßnahme würde die Macht und den Einfluss der USA im globalen Finanz- und Währungssystem verringern und die finanziellen Ungleichgewichte in Amerika einschließlich der unhaltbaren Verschuldung verschärfen. Moskau könnte sogar zu einem Zentrum für unabhängige Kryptowährungen wie BTC werden. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Neubewertung der anfänglichen Zurückhaltung Russlands gegenüber Kryptowährungen hin zu einer freizügigeren Haltung wahrscheinlich mit dem strategischen Interesse des Kremls an Alternativen zusammenhängt, die zur Schwächung des Dollars genutzt werden können. Ein weiterer strategischer Vorteil von nichtstaatlichen Kryptowährungen für die nationalen Interessen Russlands wären ihre pragmatischen Anwendungen, um die Aussicht auf eine übermäßige Abhängigkeit von chinesischen Finanzplattformen, die mit dem Renminbi verbunden sind, auszugleichen. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob eine solche Vorgehensweise das erwartete Ergebnis erzielen könnte. Es gibt Grenzen, die China und oder Russland überwinden müssten, um eine viel größere Präsenz von Bitcoin im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu fördern, einschließlich der Notwendigkeit, eine begleitende Finanzinfrastruktur zu entwickeln. Ein weiterer Nachteil für eine stärkere internationale Rolle von Bitcoin ist die hohe finanzielle Volatilität dieser Kryptowährung. Obwohl die Strategie hilfreich sein könnte, um die von den Vereinigten Staaten kontrollierten Finanz- und Währungsadern zu schwächen, ist es unwahrscheinlich, dass sie den Dollar verdrängen wird. Bestenfalls wird sie seine Position teilweise aushöhlen, aber den Dollar nicht untergehen lassen. In einem vom Bitcoin Policy Institute veröffentlichten Bericht heißt es, dass BTC strategische Vorteile bietet, die es wert sind, genutzt zu werden, um die Position der USA als führende Supermacht zu stärken. Darin heißt es, dass Washington nicht versuchen sollte, den Bitcoin zu unterdrücken, sondern sich auf BTC als Asset verlassen sollte, um die Entwicklung technologischer Innovationen zu unterstützen und die Kapitalmärkte zu erweitern. Außerdem könnte man mit seiner Hilfe Pekings Bemühungen, die Internationalisierung des RMB durch seine digitalen Währungs- und Fintech-Projekte voranzutreiben, entgegenwirken, die Softpower amerikanischer Werte vermitteln und sogar den Widerstand gegen feindliche Regime finanzieren. Diese Vorgehensweise würde die globale Währungsordnung mit Bitcoin als Eckpfeiler, ähnlich wie Gold in der Bretton Woods Ära, in einer für die nationalen Interessen der USA günstigen Weise umgestalten. Auf diese Weise könnte Washington vielleicht versuchen, einen Hegemonialwechsel abzuwenden. Sollte dies gelingen, wäre das ein großer schwarzer Schwan, ein überraschendes Ereignis, dessen Auswirkungen über Generationen hinweg zu spüren wären. Die symbolische Bedeutung von Bitcoin ist nicht unbemerkt geblieben. Es wurde festgestellt, dass die Entstehung von Bitcoin nach der globalen Finanzkrise 2008 bis zu einem gewissen Grad von der Sorge um die Vertrauenswürdigkeit des Dollars als Leitwährung angetrieben wurde. Der Aufstieg von Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungen ist ein systemischer Trend, der nicht als eine vorübergehende Finanzblase interpretiert werden sollte. Langfristig gesehen ist die Verbreitung solcher Cyberwährungen ein Zeichen für die wachsende Skepsis gegenüber dem US-Dollar. Als Folge der zunehmenden Verschuldung und der unsoliden Geldpolitik und auch ein Symptom für eine tektonische Verschiebung, die eine zunehmende geopolitische Multipolarität begünstigt. Mit anderen Worten, BTC symbolisiert, dass eine neue globale Geld- und geopolitische Ordnung im Entstehen begriffen ist. Vor nicht allzu langer Zeit ging die Credit Suisse davon aus, dass BTC von einem neuen Bretton Woods profitieren wird. Eine Ära, die wahrscheinlich durch einen schwächeren Dollar, einem stärkeren Renminbi, zunehmende finanzielle Volatilität und die wachsende Präsenz von Fremdgeld, einschließlich Gold und anderer Rohstoffe, deren Härte durch ihren inneren Wert untermauert wird, geprägt sein wird. In dieser Interpretation sind BTC und ähnliche nicht-staatliche Cyberwährungen Vorboten eines Zeitgeistes des zunehmenden Pluralismus, sowohl monetär als auch geopolitisch. Das Potenzial von Bitcoin, den US-Dollar zu überholen, ist aber begrenzt. Seine Einführung könnte jedoch eine Kettenreaktion auslösen, die zur Schaffung weiterer Generationen virtueller Währungen führt, die vielleicht durch monetäre Verbindungen zu harten Vermögenswerten wie Gold gestützt werden und mit ihren eigenen digitalen Finanzinfrastrukturen verbunden sind, um die Hegemonie des Dollars herauszufordern. China und Russland könnten beispielsweise BTC mit Gold verknüpfen, um den Untergang des Dollars zu beschleunigen. Interessanterweise heißt es in einem Bericht des Valdai Discussion Club, einer einflussreichen russischen Denkfabrik, dass Kryptowährungen vielversprechende Instrumente für grenzüberschreitende Abrechnungen und Zahlungen sind und es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihre derzeitigen Nachteile durch innovative Verbesserungsprojekte angegangen werden. Auf diese Weise könnte der intellektuelle Einfluss von BTC indirekt zur Entwicklung alternativer Kreationen führen, die die kritische Masse haben, um mit dem Dollar zu konkurrieren. Ausgehend von der Extrapolation aktueller Trends sieht es so aus, als ob die Projekte der BRICS-Staaten, der ASEAN-Staaten und der Ölexporteure des Nahen Ostens zusammen mit anderen Mitgliedern des sogenannten globalen Südens zur Entdollarisierung in den kommenden Jahren in Gang kommen werden. Neue Generationen von hochmodernen digitalen Währungen könnten an diesem Bestreben beteiligt sein. Unabhängig davon, was ihre Schöpfer beabsichtigt haben und selbst wenn sie das globale Gleichgewicht der Kräfte nicht aus eigener Kraft verändern können, könnte BTC dazu beigetragen haben, den Geist aus der Flasche zu lassen und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, ihn wieder einzufangen. Es ist jedoch noch zu früh, um kategorisch festzustellen, ob der monetäre Rubicon überschritten wurde. Die Vorhersage der Zukunft ist immer eine intellektuelle Herausforderung, aber die Analyse plausibler Entwicklungen und Szenarien, um ihre potenziellen strategischen Auswirkungen zu erkennen und ihre Durchführbarkeit zu bewerten, kann auf der Grundlage historischer Präzedenzfälle, einer multidisziplinaren Weltsicht und der Extrapolation aufkommender Trends erfolgen. Zusammengenommen lassen diese explorativen Vorhersagen und Perspektiven die Aussicht zu, dass BTC und nichtstaatliche Kryptoassets in mehr als einer Hinsicht Auswirkungen auf die Entwicklung der globalen Hegemonie haben könnten. Es wäre jedoch nicht klug, das Gewicht ihres direkten oder indirekten Einflusses überzubewerten. Für sich genommen haben Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen nicht die kritische Masse, um das globale Gleichgewicht der Kräfte zu verändern. Ihre zentrale Bedeutung für die Neudefinition der Weltordnung könnte jedoch erheblich gesteigert werden, wenn die Großmächte des internationalen Systems, einschließlich derjenigen, die den aktuellen Status quo unterstützen und derjenigen, die revisionistische Interessen verfolgen, sie in ihrem laufenden strategischen Wettbewerb nutzen. Schließlich ist Geld, wie der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche es definierte, die Brechstange der Macht. Es bleibt also abzuwarten, ob staatliche Kryptovermögenswerte eine Rolle als Schachfiguren im größten aller Spiele spielen, dem Streben nach Hegemonie. Das war Caspian Report. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen besonderen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon. Wenn ihr den Kanal unterstützen und unsere Videos früher und werbefrei sehen wollt, findet ihr den Link in der Beschreibung. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt und hoffentlich hören wir uns bald wieder.